Jemanden einfach eiskalt mit der Wahrheit konfrontieren, wäre selber eine Form von Gewalt. Ich habe kürzlich den Mann meiner Freundin knutschend mit einer anderen Frau in der Stadt gesehen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich das der Freundin sagen oder sehen und schweigen? Allgemein gilt natürlich die Regel, dass man immer versuchen sollte, sich nicht in Paarbeziehungen andere einzumischen. Nun hat man aber hier etwas gesehen, was auf jeden Fall eine ziemlich relevante Information ist. Deswegen würde ich sagen, man sollte zunächst einmal die Beziehung der beiden beobachten. Besonders schlimm wäre es, wenn man zum Beispiel sieht, dass die Freundin total verliebt ist und so weiter. Dann müsste man sehen, wie man auf eine geschickte Weise irgendwie sie der Wahrheit näher bringt. Jemanden einfach eiskalt mit der Wahrheit konfrontieren, wäre selber eine Form von Gewalt. Das heißt also, wenn ich jetzt feststelle, oh, die ist total verliebt und ich denke aber, der Typ, der ist irgendwie mies, der macht auch mit anderen Frauen rum und ich sage ihr das dann und deren Beziehung ist zu Ende, habe ich dann Schuld? Nein, auf gar keinen Fall. Schuld hat in dem Fall an der Zerstörung der Beziehung sowieso derjenige oder diejenige, der fremdgegangen ist. Was ist denn so schlimm am Fremdgehen? Ja, also es ist eine Verletzung im Grunde genommen unserer intimsten Beziehungen. Das ist eine Form von profundem Verrat. Das ist so schlimm daran. Ja, also Paarbeziehungen sind ja nicht nur irgendwie so, dass zwei Körper einander treffen, sondern es geht darum, dass man ein Band schmiedet und wenn man dieses Band zerstört, ist eben kaputt. Das heißt, Fremdgehen kommt für dich überhaupt nicht in Frage. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist immer ein großer Fehler. Das heißt, Fremdgehen kommt für dich überhaupt nicht in Frage.